hallo meine lieben herzlich willkommen zu einer neuen woche heute am montag und zu einer neuen ausgabe meiner toy corner und es geht natürlich weiter mit sweet pretty cure und zwar heute mit dem ersten angriffseitem und da hole ich mal kurz den karton hoch und zwar ist es cure melody's miracle beltier ja das ist das erste angriffseitem was in der serie auftaucht vorher führen die cures ihre angriffe einfach nur mit ihren händen aus und das ist das allererste attack item sozusagen einmal hier den karton von allen seiten was beltier jetzt ganz genau bedeuten soll weiß ich nicht ich habe versucht das herauszufinden ob das von irgendwas abgeleitet ist ich konnte da nichts finden also ist halt einfach der name gut ja hier ist dann natürlich auch wie üblich die anleitung und auch hier ist wieder so eine sammelkarte oder eine karte für diesen spielautomaten drin was ich auch sehr sehr schön finde und dann haben wir natürlich das gute stück selber das beltier selbst ich zeige es euch auch mal von oben bis unten und ist auch sehr schön gemacht sehr schön gearbeitet sieht auch genauso aus wie in der serie es hat kein batteriefach oder irgendetwas das ist aber auch nicht notwendig denn es funktioniert sowieso anders zusätzlich zu dem beltier ist nämlich noch ein weiteres ferriton mit drin und zwar ist das miri klar do re mi und miri ist dann das ferriton was das beltier dann letztendlich auch erscheinen lässt und was kann man jetzt damit machen ja man kann verschiedene attacken was sie damit ausführen und zwar zeige ich euch erst einmal die ganz simple das ist cure melodies music rondo und dazu setzen wir das ferriton einfach mal hier oben ein ich bin ich glaube hier bin ich glaube ich glaube ich bin wisst du Ja, das ist das Pretty Cure Music Rondo, aber das ist nicht das Einzige, was man damit machen kann, denn hier auf der anderen Seite ist ja auch noch eine Eröffnung für ein weiteres Feriton und dafür nehmen wir einfach Dori, das Feriton, mit dem sich Cure Melody ja eigentlich verwandelt und setzen es einfach ans andere Ende ein. Und dann kann man es einfach auseinander trennen und eigentlich sollte das jetzt so funktionieren, aber wahrscheinlich müssen wir es nochmal machen. Ja, und damit hat man die stärkere Attacke von Cure Melody, ihr Miracle Heart Arpeggio. So, das funktioniert, wenn man das Welttier einfach in der Mitte auseinander trennt, das wird dann auch in der Serie so genannt, Separation und dann einmal mit dem Feriton hier und einmal mit dem Feriton da und dadurch kann man dann die stärkere Attacke ausführen. Und, seht, hier ist so ein ganz einfaches Mechanismus, mit dem man die dann auch wieder einfach zusammenführen kann. So, und bevor ihr jetzt wieder rumblökt, nehme ich euch das einfach raus. Also, um die Feritons wieder rauszukriegen, sind hier einfach so kleine Schalter, mit denen man die wieder rauslösen kann. Und, äh, ja, das kann man mit dem Miracle Belt hier machen. Und, ähm, ich finde es echt schön gemacht. Also, es ist genauso wie in der Serie. Äh, funktioniert halt auch mit den Feritons. So wie in der Serie. Und, ähm, ja, ist, wie ihr auch sehen könnt, es ist echt stabil und fest und, äh, da wackelt auch wirklich überhaupt nichts dran. Und, ähm, wunderschön gearbeitet. Also, falls ihr Fans von Sweet Pretty Cure seid, macht euch einfach nochmal auf die Suche danach, ob ihr es irgendwo noch findet. Es ist nicht mehr ganz so einfach, weil Sweet Pretty Cure ja nun auch schon eine kleine Weile her ist. Und, äh, ich muss mal eben auf den Karton gucken. Von wann sind diese Toys? Ja, von 2011. Sind also auch schon fünf Jahre her. Aber sie sind auf jeden Fall richtig toll und, ähm, sind auch nicht wahnsinnig schwer. Also, das kann man auch mit Sicherheit als Cosplay-Item nehmen. Also, kann man ohne Zweifel den ganzen Tag auch gerne mal mit sich herumtragen. Also, es sind keine fünf Kilo oder so. Okay. Ja, das war mein Review zur, ähm, äh, Cure Melodies Miracle Belt hier. Und, ähm, in der nächsten Toy Corner Folge nehmen wir uns dann, es gibt natürlich noch ein zweites Belt hier, weil es gibt ja auch noch Cure Rhythm. Und da nehmen wir uns dann ihres vor, das Fantastic Belt hier. Und, ähm, ja, darauf könnt ihr euch dann auch schon mal freuen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare zu dieser Review habt, ähm, ihr wisst ja, alles in die Kommentarbox unter mir. Und, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin, macht's gut! und